Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Sula Global, weil Sula Europe wurde ja abgeschaltet im Januar und jetzt ungefähr ein halbes Jahr, fast ein halbes Jahr danach, haben wir mitgekriegt, dass Sula Global draußen ist. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon draußen ist, aber man hat den Fortschritt von Sula Europe übernommen. Nur mit einigen neuen Sachen, wie neue Skins, neue Aufsätze, ich glaube eine neue Waffe ist auch drin. Großer glaube ich, die war frei nicht. Und der neue Modus ist Battle Royale. Und dann gibt es auch Fun-Modi wie, keine Ahnung, Fußball à la Party, Disappearing Ground. Und noch nicht gespielt, nur Team Deathmatch und Battle Royale. Und da werden wir euch gleich nach dem Inn noch eine Runde Battle Royale und Team Deathmatch zeigen. So viel Spaß. Oh, hinten läuft einer. Wie viel ist dein Messer runter? Null. Eins ist plus sechs. Ich habe den Mieter im Kuss. Ich habe den Mieter im Kuss. Normale Messer habe ich plus. Ich habe den Mieter im Kuss. Damage? der der Er hat ein... ... oder ein Beat. Action News. Wo gehen wir diesmal runter? Go! 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 Erstmal hier runter. Parallel dazun. So. Ah, nee. Rechts nehmen wir sowas auf der Karte. Ja, ich sehe aber keinen anderen. Gut. Ich sehe einen anderen. Mehrere. Ich stande bei dir. Oder auch nicht. Ich bin unten, äh, in dem Großen. Skill. Spiel bei dir. Skill. Das war ganz schön hart. Oben ist einer. Ja. Hab ich ihn. Ich bin rausgefallen. Hat jemand geschossen wahrscheinlich. Ah. Toll. Okay. Dann könnte jemand hochkommen. Wie kommt man da raus aus dem Inventar wieder? Jetzt gleich eine Skin-Dings. Ja. Ja. Jetzt ein paar Nacht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020